Das ist Flevoland, die 12. Provinz der Niederlande und Wohnort von mehr als 400.000 Menschen. Vor 100 Jahren war hier aber nur Wasser. Und hier auch. Wie kam also das Land dorthin? Das hier ist, wie baue ich eine Provinz in vier nicht allzu leichten Schritten. Schon seit Jahrhunderten kämpfen die Niederländer gegen das Wasser. Ein wichtiger Kriegsschauplatz war dabei schon immer die Södersee. Entlang der ganzen Küste stehen Dämme, Deiche und andere Anlagen, um das Land zu schützen. Aber immer wieder durchbrachen Sturmfluten diese Schanzwerke, jedes Mal mit großen Verlusten an Gütern und Leben zur Folge. Schon im 17. Jahrhundert gab es Pläne für einen Damm, das Meer zu zügeln und ewig in Schach zu halten. Aber die verfügbare Technologie reichte dafür noch nicht aus. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden solche Pläne möglich. Möglich, aber noch nicht gleich verwirklicht. Die Fischerei war dagegen und man sträubte sich vor den Kosten. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, brach dann aber die See erneut herein und überflutete große Teile der Küste. Jetzt waren alle dafür. Das Ergebnis war The Afsler Deck, der Abschlussdeich. Ein 32 Kilometer langer Deich quer durchs Meer. Also, wie baut man so ein Monstrum? Erst buddelt man den weichen Boden weg und ersetzt ihn durch stabilen Sand. Darauf kommen weiden Zweigmatten und große Steine als Anker für den Damm. Auf dieser Basis baut man einen Damm mit der höchst fortschrittlichen Methode des große Mengen Blocklehms ins Wasserschaufelns. Blocklehm ist eine Mischung von Stein, Sand und Ton und eine neue Erfindung beim Bau des Abschlussdeiches. Früher wurde Ton benutzt, der weniger stabil ist. Dieser Blocklehmdamm ist der harte Kern, der dem Deich seine Festigkeit gibt. Auf ihn drauf schüttet man einen großen Berg Sand. Dieser wird bedeckt mit einer dünnen Schicht Lehm, die den Damm wie ein Netz zusammenhält. Und man kann darauf Gras anpflanzen. Die Seiten sichert man noch gegen Wellenerosion mit Schilfmatten, Geröll, Basaltblöcken und an der zur See liegenden Seite einer dickeren Schicht Blocklehm. Mit dem Bau wurde 1927 von beiden Festlandseiten aus und von zwei eigens dafür angelegten Inseln begonnen. Fünf Jahre später war man endlich fertig. Die Serdersee war gespalten worden, die neue Wasserfläche nannte man das Eselmeer. Da es keinen Kontakt mehr zu der salzigen Nordsee hatte, aber immer noch von Flüssen gespeist wurde, verlor das Wasser langsam sein Salzgehalt, womit ein weiteres Problem gelöst wurde. Die Niederlande brauchten nämlich schon seit langem ein Süßwasserreservoir. Mit dem Bau des Abschlussdeichs war die Küste gesichert. Die Niederländer hatten 1916 aber nicht nur die Gefahr des Meeres kennengelernt. Trotz ihrer Neutralität litten sie unter den Folgen des Weltkrieges für den internationalen Handel. Vor allem die Nahrungsversorgung bereitet die Schwierigkeiten. Um eine Wiederholung des Hungers zu verhindern, benutzt man eine typisch niederländische Lösung. Mehr Ackerland bauen. Dieses neue Land nennt man ein Polder. Das Prinzip eines Polders ist sehr einfach. Man baut einen geschlossenen Deich und pumpt das Wasser ab. Früher mit Windmühlen, heute mit modernen Pumpen. Das Problem besteht darin, dass immer wieder Wasser in den Polder hineinkommt. Zum Beispiel durch Regen. Aber nicht auf natürlichen Wege wieder hinausfließen kann. Der Polder liegt ja unter dem normalen Wasserspiegel. Man baut also ein Netzwerk von Gräben oder Abflussrohren, die das Wasser in einen großen Graben, den Busem, befördern, von wo aus es aus dem Polder hinausgepumpt werden kann. Von diesem grundsätzlichen Prinzip her unterscheiden sich Wieringer Meer, Nordostpolder, östliches und südliches Flevoland nicht von älteren Poldern. Sie sind bloß viel, viel größer. Flevoland ist die größte künstliche Insel der Welt. Für ihren Bau brauchte man 40 Jahre, von 1927 bis 1968. Auch während des Zweiten Weltkriegs liefen die Arbeiten einfach weiter. Den Deutschen gefielen die Pläne für bessere Nahrungsversorgung. So waren Arbeiter auf dem Polder sogar von der Zwangsarbeit in Deutschland befreit. Man hat jetzt also eine große Fläche neuen Landes. Der Boden eines gerade trockengelegten Polders ist aber einfach nur ein Meeresboden ohne Wasser drüber. Man hatte sich schon die Stellen zum Einpoldern ausgewählt, wo kein Sand, sondern Lehenboden war, aber es war ziemlich offensichtlich, dass dieses Land eben noch unter mehreren Metern Wasser gelegen hatte. Es lagen noch haufenweise tote Fische und hunderte Schiffswracks darauf. Das eigentliche Problem aber war, dass der Druck den Boden hart gemacht hatte und ihm Nährstoffe fehlten. Man konnte also nicht sofort anfangen Kartoffeln zu pflanzen. Der Boden musste erst aufbereitet werden. Der erste Schritt hierbei ist Schilf. Das wurde von Flugzeugen aus gesät und hat mehrere Vorteile. Erstens saugt es das letzte bisschen überflüssiges Wasser aus dem Boden. Zweitens wächst es schnell und hoch und erstickt so andere unerwünschte Pflanzen. Das Schilf selber kann man nämlich leicht wieder loswerden, indem man es einfach anzündet. Anfangs großflächig, aber nachdem Hausfrauen in Amsterdam sich über den Ruhe auf ihrer Wäsche beschwert hatten, nur noch in kleineren Schüben. Die Asche wurde mit Flügen in den Boden gemischt und darauf säte man dann Raps. Der wächst auch auf salzigem Boden, verhindert, dass das Schilf wieder nachwächst und hat genau wie Schilf lange Wurzeln, die den Boden besser und tiefer auflockern als ein Fluges kann. Letztendlich pflanzt man Luzerne, die den Boden wieder mit Stickstoff versorgt, sodass der ehemalige Meeresboden dann endgültig zu brauchbarem Ackerland wird. Wir haben jetzt also eine große Fläche Land trocken gelegt und brauchbar gemacht. Aber für eine Provinz braucht man mehr als Land. Man braucht Leute. Flevoland wurde kolonisiert, genau wie Australien oder Suriname, nur halt ohne Einheimische zu verdrängen. Und mit mehr Planung seitens der Regierung. Nicht einfach jeder durfte das neue Land nach Belieben besiedeln. Es war eine Zeit starken Bevölkerungswachstums, in der also viele Bauernsöhne den Hof ihres Vaters nicht erben konnten. Die suchten dringend nach einem Ort, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Außerdem waren im Zweiten Weltkrieg viele Wohnungen zerstört worden. Es gab also allgemein viele Leute, die eine neue Bleibe brauchten und so war der Andrang groß. Um nach Flevoland zu kommen, musste man also schon was Besonderes sein. Es reichte nicht nur ein guter Bauer zu sein. Die Zuweisungsbeamten beurteilten auch, ob man ein guter Mensch war. Sozial engagiert, angenehmer Charakter, gesund. Auch die Religion spielte eine Rolle. Es war die Zeit der Vrserling in den Niederlanden. Die verschiedenen Weltanschauungen, katholisch, protestantisch und sozialistisch, lebten streng getrennt. Jede hatte ihre eigenen Schulen, Kirchen, Jugendvereine, Zeitungen, sogar Krankenhäuser. Man sagt, sie bildeten jede eine Säule. Um keine dieser Gruppen vor den Kopf zu stoßen, entschloss man, dass alle gleichermaßen in Flevoland repräsentiert sein würden. Ein Drittel der Bevölkerung sollte katholisch sein, ein Drittel protestantisch und ein Drittel sozialistisch. Man wollte aber auch nicht jeder Säule ein eigenes Dorf geben, also wurde alles gut durcheinander gemischt. Dieser Umstand prägt die Provinz bis heute. Weil Leute aus den unterschiedlichsten Gegenden sich untereinander verständigen mussten, wurde die Umgangssprache immer dialektneutraler. Ähnlich wie das Deutsch aus Hannover als neutraler Akzent gilt. Aber was reden wir über das deutsche Festland? Wir haben gerade eine niederländische Provinz fertiggestellt. Zuerst haben wir mit dem Abschlussdeich die Küste sicher und das Wasser süß gemacht. Dann wurden mit vier riesenhaften Poldern große Teile des neuen Meeres trockengelegt. Den gewonnenen Boden haben wir durch geschickte Pflanzennutzung fruchtbar gemacht. Und schließlich haben wir das Land besiedelt. Es fehlt nur noch eine einzige Sache. Der offizielle Staat ist Provinz, der schließlich 1986 verliehen wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017